Ich bin direkt geappelt, wo bist du? Ich bin da! Okay, let's go! Party! Party time here! Let's go! Was war denn das? Meine Hupe, also mein Mund! Okay, jetzt geht's los! Wolltest du fragen, wo hast du den Sound her? Nein! Ich habe ihn! Hat sich den Gegner geholt, Alter! Rimpel, sie kommen rein! Das war Kill Nr. 2! Ich komme gegen ihn zu mir! Gimpel? Ja, ich höre! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ich würde doch gerade Gegner gehören, Alter. Juhu! Haltet mich erschrocken, Alter! Haltet mich erschrocken, ey! Legt mich am Sykrali! Legt mich am Sykrali! Oh. Habe ihn aber erwischt, mein Freund! Habe ich dich erwischt! Oh, ich bin gerade durch eine Mine gelaufen. Da ist gerade einer runtergesprungen. Ich habe wieder, äh, gewweist. Spiel zu Ende aber. Ach, dann spielst du wieder gecrashed. Vielleicht auch Gimpel. Disc Read Error. Was ist das denn? Habe ich auch gehabt. Spiel, äh, auf Fehler überprüfen. Hattet ich auch gehabt, musst du das Spiel auf Fehler überprüfen. Hier laufen Ratten durch die Gegend, aller. Nein, da kam noch ein Zweiter! Verdammt, ich bin kacke! Gimpel, noch Platz! Ich mach das mit dem Fehler später. Ah, scheiße, ich bin durch den Claymore gelaufen, aller! Du scheiße, ich bin durch die Scheißdrehtmine! Hallo, Ratten! Hallo, Ratten! Ich kann das gar... Ich bin durch den Claymore gelaufen, aller! Alter, ich rasiere hier! Nein, Sniper! Aber 11 zu 4, gerade der beste Scoreoffice, aber gefällt mir. Da habe ich ihm die Granate ins Gesicht geworfen, wo der überlebt hat, Alter. Was machen wir die mit denn da? Der steht da und guckt zu, wie ich verrecke. Was ist denn los mit ihm? Hat er gerade am Zielen geübt, an dem Gegner, oder was? Die Arschurrade, Alter. Ah, guten Tag, wie geht's dir? Habe ich ihm gegeben, Alter. Haben die sich wirklich zähgegönnen? Nein, da hat er mir geredet, du kam ja einfach um die Ecke und da habe ich mir einfach nur mit dem Ding in die Brust gehauen, Alter. Ey, ihr habt einen Bronzestern! Den hast du aber gegeben, Alter. Den habe ich Rene gegeben, Alter. Den habe ich Rene gegeben. Der ist bis nach Asgaban geflogen, Alter. Der ist Rene geflogen, Alter. Ich würde ja gerne Snipern, aber ich habe gerade zu sehr Bock auf die MP4, für das STG-44. Mich heißt die MP4, die andere Version. Ah, ich liebe die Sache. Nein, bin ich schnell genug bei der Ecke gekommen. Oh, Leute, was macht mein Team denn? Ich sehe auch die Hälfte meines Teams so gut wie nie. Da kommt nur einer. Wo ist denn mein Team, Alter? Ich werde mich jetzt nicht unterschützen, ne? Ich werde mich jetzt nicht unterschätzen, ne? Nein, da war eine Träne wieder an und ich renne da auch noch rein. Nein, da war eine Träne wieder an. Nein, da war eine Träne wieder an. Nein, da war eine Träne wieder an. Nein, da kam noch einer. Da kam noch einer. Da war eine Träne wieder an. Da war eine Träne wieder an. Da war eine Träne wieder an. Die haben mich weggeholt, Alter. Ich habe auch keinen guten Ping zum Server. Ach nee, doch. Oder gibt es vier Streifen oder drei? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr an. Ich brauche keine Munition mehr an. Komm, Bitch. Jetzt holen wir uns doch den hier oben. Was hat der denn für eine Kleidung, Alter? Wie geil, Alter. Ich habe zwei Leute hier, drei Leute gebessert. Nein, das wäre so ein schöner Abschluss gewesen, Alter. Wir müssen uns eine A holen, Alter. Wir können das nicht gewinnen. Oder zumindest dafür sorgen, dass sie A verlieren. Wir verlieren das sonst. Nein! Wir dürfen das nicht verlieren. Das wird so klapp. Können wir nicht mehr gewinnen. Das haben wir verloren. Schade. So, Dateien fertig überprüft. War ein schönes Match. War ein wirklich, wirklich schönes Match. War ein wirklich, wirklich schönes Match. Hat mir gefallen. So knapp, Alter. 198 zu 200. Na, was hast du gemacht? AP verteidigt? Nee. Was hast du gemacht? Doch. Zwei Leute hoppen da. Wie sind da kippen, Alter? Ja, war ein schönes Game. Leute, wenn ihr es euch erfahren habt, lasst ein Häubchen da oben da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wenn ihr mehr COD sehen wollt, dann lasst es mir in den Kommentaren wissen. Schreibt in die Kommentare, was ihr vorhin gehört habt. Welche Game-Mods ich noch so zocken soll, weil aktuell haben wir ja Herrschaft gespielt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr zuschaut habt. Ich glaube, 26 zu 16 ist ein eigentlich schöner Score. Ich hätte natürlich weniger Tode gehabt, hätte ich mich weniger auf die Ziele konzentriert. Aber ich wollte eigentlich am Ende das noch holen. Holen. Deswegen bin ich ein bisschen mehr aggressiv vorgegangen, als defensiv zu spielen, damit wir die Runde vielleicht erholen. Hat leider nicht geklappt. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr zu geordert. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.